Fitness mit Marc, Folge 117 Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er fährt das alte Herrenfahrrad seines Großvaters, Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Wie viele Kalorien sind ein Kilogramm Körperfett? In der heutigen Folge erfährst du, wie viele Kalorien du einsparen solltest, wenn du ein Kilogramm abnehmen willst. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wäre es, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 pro Monat. Wie viele Kalorien enthalten ein Kilogramm Fett? Nun, es gibt diesen Mythos, vielleicht hast du das schon mal gehört, um ein Kilo abzunehmen, musst du 7000 Kalorien einsparen. Aber stimmt das überhaupt? Ich hatte diese Faustregel vor einiger Zeit mal in einem Artikel erwähnt und einer meiner Leser sagte mir dann, Marc, das mit den 7000 Kalorien, das verwirrt mich irgendwie. Es ist doch so, dass ein Gramm Fett 9 Kalorien enthält. Das kann man überall in Enzyklopädien und in der Literatur nachlesen. Müsste dann nicht ein Kilogramm Körperfett 9 Kalorien mal 1000, also 9000 Kalorien liefern? Wie kommt das mit den 7000 Kalorien? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, wenn du jetzt verwirrt bist, dann ist alles gut. Und es ist eine gute Gelegenheit, endlich Klarheit zu schaffen und die Frage zu beantworten. Diese und andere Antworten erhältst du in der heutigen Episode. Erstens, was sind Kalorien eigentlich? Zweitens, was ist Körperfett? Denn diese beiden grundlegenden Fragen müssen wir als erstes beantworten, um dann die eigentliche Frage zu klären, wie viel Kalorien enthalten ein Kilogramm Körperfett? Ja, und daraus ergeben sich dann Folgefragen. Nimmst du pro Woche 500 Gramm ab, wenn du täglich 500 Kalorien einsparst? Wie nimmst du zuverlässig und nachhaltig ab? Kalorien sind sicher nicht alles. Und last but not least, der kritische Unterschied zwischen Körpergewicht und Körperfett. Und den solltest du kennen. Also, lass uns einsteigen, zunächst einmal mit den Grundlagen. Was sind Kalorien? Hier ist eine simple Definition. Kalorien sind possierliche, in Kleiderschränken lebende Kreaturen, die unsere Klamotten jede Nacht etwas enger nähen. Ja, Spaß beiseite. Im Sprachgebrauch sagen wir Kalorien, meinen aber meistens Kilokalorien. Was auch abgekürzt wird mit K-C-A-L. Kilokalorien sind eine Einheit für die Energiemenge, die ein Lebensmittel enthält. Definiert wird eine Kilokalorie als die Energiemenge, die man braucht, um einen Liter Wasser, um genau einen Grad Celsius zu erwärmen. Ja, und erwärmen ist hier auch das Stichwort. Es geht um Wärme. Und deswegen sprechen wir auch von dem Brennwert. Je mehr Kalorien ein Lebensmittel liefert, desto mehr Energie enthält es. Kalorien ermöglichen es dir, das zu tun, was du tun willst. Vom Einschlafen bis zum Training mit Maximalkraft. Dein Körper kann die Kalorien aus Kohlenhydraten, aus Fetten oder aus Eiweißen entweder sofort nutzen oder für später einlagern. Die meisten Kalorien werden als Körperfett gespeichert. Aber nicht alle Kalorien werden als Körperfett gespeichert, denn einige werden auch in Form von Glykogenen, also durch Kohlenhydrate, in den Muskeln und in der Leber gebunkert. Lass mich das kurz zusammenfassen. Was sind Kalorien? Nun, Kalorien ist der Brennwert eines Lebensmittels. Er stellt die Energiemenge dar, die ein Nahrungsmittel enthält. Okay, ersten Begriff haben wir definiert. Kommen wir noch zum zweiten. Was ist eigentlich Körperfett? Ja, und da wissen die wenigsten Menschen, dass das Fettgewebe deines Körpers mehr ist als nur Fett. Denn wenn wir über reines Fett reden, dann stimmt es, was ich eingangs sagte. Ein Gramm reines Fett enthält 9 Kalorien, genau genommen sogar 9,3 Kalorien. Im Vergleich zu Eiweiß und Kohlenhydraten, die je 4,1 Kalorien pro Gramm enthalten, ist das eine ziemlich hohe Energiedichte. Ja, und das bedeutet, ein Kilogramm reines Fett enthält 9300 Kalorien. Wenn wir jetzt über Körperfett reden, dann verhält sich das etwas anders, denn Körperfett besteht aus mehr als nur aus Fett. Das Fett in deinem Körper ist nämlich in Fettzellen gespeichert, die außerdem noch etwas Flüssigkeit und Eiweiß enthalten. Daher liegt die Kaloriendichte von Körperfett unter der von reinem Fett. Ein Kilogramm reines Fett enthält also mehr Kalorien als ein Kilogramm Körperfett. Ja, und die Frage, die du dir jetzt vielleicht stellst, ist, wie viel Kalorien hat denn jetzt ein Kilo Körperfett genau? Und die Antwort kriegst du gleich. Lass uns nochmal festhalten, das Fettgewebe deines Körpers besteht aus mehr als nur Fett. Daher enthalten reines Fett und Körperfett eine unterschiedliche Menge an Kalorien. Wie viel Kalorien enthält denn jetzt ein Kilogramm Körperfett? Das war im Jahr 1958, da schlussfolgert der Wissenschaftler Max Wiesnowski, wenn du 3500 Kalorien mehr isst, als du verbrauchst, nimmst du ein Pfund zu. Ja, und wenn du 3500 Kalorien weniger isst, als du verbrauchst, nimmst du ein Pfund ab. Ja, und es ist natürlich logisch, dass diese Ergebnisse auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der damaligen Zeit, also der 50er Jahre, beruhen. Und auch heute, ein halbes Jahrhundert später, nehmen noch unzählige Medien und wissenschaftliche Veröffentlichungen Bezug auf diese Ergebnisse. Und daher kommt auch die folgende Empfehlung, die du nicht nur in meinen Artikeln gelesen hast. Ein Kilogramm Körperfett liefern ca. 7000 Kalorien. Die Frage ist, stimmt das überhaupt? Auf welches Ergebnis kommen wir, wenn wir den aktuellen Stand der Wissenschaft zugrunde legen? Lass es uns mal herausfinden. Ich habe genauer recherchiert und bin dabei auf einen Blogartikel der Ernährungsforscherin Dr. Zoe Harkamp gestoßen. Und die stellt die 7000 Kalorien pro Kilo Körperfett in Frage. Stattdessen schlägt sie folgende Kalkulation vor. Sie sagt, reines Fett enthält 8,7 bis 9,3 Kilo Kalorien pro Gramm. Menschliches Fettgewebe besteht zu 87% aus Fett. Ja und auf Basis dieser beiden Werte kann man den Kaloriengehalt eines Kilogramms Körperfett ausrechnen. Und wenn man das ausrechnet, einfacher Dreisatz genügt hier, dann kommt man auf 7569 bis 8091 Kalorien. Ja aber es gibt auch andere Studien, in denen andere Werte angegeben werden. Hier wird dann festgestellt, dass Fettgewebe nur 72% reines Fett enthält. Und dann würde man mit der gleichen Kalkulation nur eben 72% statt 87% auf folgenden Wert kommen. Auf einen Wert zwischen 6264 und 6696 Kalorien. So, das heißt, wir haben hier eine Spanne von Werten, die zwischen 6200 und 8091 Kalorien kommen, die ein Kilogramm Körperfett enthalten kann. Und der Rückschluss liegt nahe, dass die Energiedichte unterschiedlichen Fettgewebes variieren kann. Das heißt, der Energiegehalt deines Fettgewebes kann schwanken. Und wenn wir uns das Spektrum angucken, zwischen 6300, 6200 und 8100 Kalorien, dann können wir eigentlich feststellen, dass diese 7000 Kalorien pro Kilo, Faustformel, eine ganz gute Nährung für die Praxis bietet. Der reale Wert, der exakte Wert, der wird immer etwas variieren. Aber wenn wir diese Faustregel, diesen Mittelwert nehmen, dann können wir auf jeden Fall damit ganz gute Ergebnisse erwarten. Quintessenz ist also ein Kilogramm Körperfett, enthält vermutlich zwischen 6264 und 8091 Kalorien. Die 7000 Kalorien sind eine geeignete Nährung. Wie ist das jetzt, wenn du abnehmen möchtest? Nehmen wir an, du setzt dir zum Ziel, dass du pro Woche ein halbes Kilo Fett, 500 Gramm, abnehmen möchtest. Genügt es dann, wenn du täglich 500 Kalorien einsparst? Schließlich wären das ja pro Woche 3500 Kalorien, also nach der Faustformel ein halbes Kilo. Ja, und wenn du dich mit Abnehmen beschäftigst, dann wirst du diese 500 Kalorien Regel früher oder später auch irgendwo lesen oder wirst damit konfrontiert. Und die sagt dir, du verlierst 500 Gramm Fett pro Woche, wenn du ein tägliches Defizit von 500 Kalorien einhältst. Interessant ist immer, wenn du diese Faustregel nimmst und sie dann einfach mal extrapolierst und sagst, was wäre das denn auf das Jahr gerechnet? Ja, auf das Jahr gerechnet wären das 26 Kilogramm. Wie realistisch sind solche Annahmen? Nun, wenn wir uns wissenschaftliche Studien angucken, dann scheinen die diese These zumindest teilweise zu widerlegen. Aber nur teilweise, denn kurzfristig funktioniert die 500 Kalorien, 500 Gramm Abschätzung sogar ziemlich gut. Vor allem für Menschen mit Übergewicht. Aber wenn du langfristig damit arbeiten willst und eine langfristige Prognose abgeben willst, dann ist diese These 500 Kalorien, weniger Essen am Tag und ein halbes Kilo in der Woche abnehmen nicht geeignet. Wer davon ausgeht, auf diesem Weg, also über Monate wöchentlich ein halbes Kilo Fett abzubauen, der wird höchstwahrscheinlich enttäuscht. Denn diese Gleichung lässt einen Faktor außer Acht. Während du abnimmst, verändert sich dein Körper. Auf der einen Seite sinkt dein Grundumsatz mit abnehmendem Körpergewicht. Je weniger du wiegst, desto weniger Energie verbrauchst du auch. Andererseits reagiert dein Körper, indem er effizienter arbeitet. Für die gleiche Arbeit benötigt er dann weniger Kalorien. Und bei einem anhaltenden, kontinuierlichen Kalorienmangel sinkt häufig auch der Bewegungsdrang. Hinzu kommt noch, dass wer ohne Krafttraining zu machen abnimmt, meist nicht nur Fett abbaut, sondern auch kostbare Muskeln. Und dadurch würde der Kalorienverbrauch zusätzlich sinken. In der Umgangssprache wird das dann häufig Hungerstoffwechsel genannt. In der Wissenschaft redet man hier von der adaptiven Thermogenese. Die Kernaussage ist also folgende. Fetterbau ist kein linearer Prozess. Das Tempo des Fetterbaus sinkt mit der Zeit. Das ist völlig normal. Je schlanker du bist, desto mehr Zeit solltest du dir für weitere Fortschritte nehmen. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Die Frage war ja, machen 500 Kalorien am Tag ein halbes Kilo pro Woche aus? Die Annahme, du könntest in einem 500 Kaloriendefizit auf unbestimmte Zeit ein halbes Kilo Fett pro Woche abbauen, funktioniert nur in den ersten Wochen. So erfahrungsgemäß für den ersten Monat klappt das sogar sehr gut. Dann passt sich der Stoffwechsel an. Du nimmst ab, du verbrauchst weniger Kalorien bei gleichen anderen Rahmenbedingungen. Und genau diese Anpassungen deines Stoffwechsels und des Körperbaus, die bleiben ja bei dieser Faustregel unberücksichtigt. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist ja, wie gehst du denn jetzt vor, wenn du nicht nur möglichst schnell, sondern auch möglichst nachhaltig abnehmen möchtest? Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hättest schon ein klares Bild von deinem Ziel, von deinem Körper in richtig. Dann steht eine Sache fest. Wenn du Fett abbauen willst, brauchst du ein Kaloriendefizit. Aber diese simple Tatsache, die hilft dir nicht weiter, wenn du den folgenden Punkt übergehst. Du brauchst ein Feedback-System. Denn nur mit einem Feedback-System kannst du frühzeitig feststellen, ob du überhaupt auf Kurs bist oder ob du nachjustieren musst. Ja, ein solches Feedback-System sichert dir auf der einen Seite kontinuierliche Fortschritte und auf der anderen Seite schützt du dich vor unnötigem Frust. Ich möchte dir einmal eine bewährte Möglichkeit mitgeben, wie du ein Feedback-System nutzen kannst, um erfolgreich abzunehmen. Und interessanterweise ist es exakt das gleiche System, das du auch verwenden kannst, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Du fängst erstmal an mit der Vorbereitung. Es sind drei Schritte, die den Unterschied zwischen erfolgreichen und zufälligem Fettabbau ausmachen. Und durch diese drei Schritte erhöhst du deine Erfolgschancen dramatisch. Erstens Ziel setzen. Wo willst du überhaupt hin? Ist dein Ziel realistisch? Diese Fragen werden meist übersprungen und sorgen dann später für unnötigen Frust und Rückschritte. Die Zeit, um dir gute Ziele zu setzen, die dich begeistern, solltest du dir nehmen, sollte sich jeder nehmen. Und das ist es auch, was erfolgreiche Menschen ausmacht. Sie setzen sich Ziele, sie haben ein klares Bild vor Augen. Schritt 2. Du bestimmst deine Baseline. Kennst du deinen aktuellen Kalorienverbrauch? Nun, es gibt einfache Formeln, wie du ihn abschätzen kannst. Und auf der anderen Seite willst du deinen aktuellen Körperbau wissen. Und dann legst du, wenn du abnehmen willst, im nächsten Schritt dein Kaloriendefizit fest. Und hier solltest du auch nicht zu aggressiv vorgehen. Denn auf der einen Seite, wenn du zu sehr ins Defizit gehst, dann liegen die Vorteile natürlich auf der Hand. Du würdest schneller abnehmen, aber es ist auch aufwendiger in der Planung und das Risiko, dass du auch Muskeln abbaust, ist wesentlich höher. Denn die Muskeln möchtest du erhalten. In den meisten Fällen ist ein konservatives Defizit mittelfristig die bessere Alternative. Sobald deine Startkoordinaten feststehen, führst du die folgenden Schritte so lange durch, bis du am Ziel bist. Dabei suchst du eine Lösung, mit der du dich gut fühlst. Dein Bauchgefühl, dein Wohlbefinden, die sind wirklich ein guter Indikator hier. Klingt vielleicht erstmal selbstverständlich, wird aber oft vergessen. So, und das sind die Schritte. Erstens, du hältst das Kaloriendefizit ein. Trainiere und ernähre dich so, dass du dein Defizit einhältst. Dabei hilft dir zum Beispiel ein Ernährungstagebuch, das dir eine Idee von deiner Kalorienaufnahme gibt. Und als Verbrauch nimmst du den Wert an, den du eben errechnet hast. Und dann nutzt du Feedback. Du nutzt alles Feedback, was du kriegst. Nimmst du ab, nimmst du nicht ab, nimmst du vielleicht sogar zu. Wie sieht es mit dem Training aus? Machst du dort Fortschritte? All das sind wertvolle Informationen. Egal, ob du deinem Ziel in diesem Schritt näher kommst oder nicht. Manchmal sind Rückschritte genau das, was du brauchst, um nachzujustieren und dann dran zu bleiben. Ja, und wenn die Fortschritte ausbleiben, auch dann gibt es immer eine Lösung. Auch wenn du jeden Tag etwas für dein Ziel tust, dann kannst du davon ausgehen, dass nicht alles nach Plan läuft. Es gibt Menschen, die das frustriert, aber das ist normal. Du darfst mit Planabweichungen rechnen. Schließlich kostet es Kraft und Aufmerksamkeit, wenn du deine Gewohnheiten änderst. Das Schlimmste, was du bei einer Planabweichung tun kannst, ist mit Frust und Selbstvorwürfen zu reagieren. Erfolgreiche Dranbleiber wissen, dass es keine Misserfolge gibt. Es gibt eben nur Feedback. Und sie nutzen dieses Feedback, um ihren Kurs dann zu korrigieren. Wie du all das tust, wie du die Voraussetzungen setzt, wie du dir Ziele setzt, wie du dran bleibst, wie du im Zweifelsfall Troubleshooting durchführst und wieder auf Kurs kommst, das zeige ich dir in meinem neuen Buch. Ich bin stolz drauf, dass es in den nächsten Tagen auf den Markt kommt. Am 12.12. ist es soweit. Dann ist endlich der offizielle Veröffentlichungstermin für Looking Good Naked. Looking Good Naked ist sozusagen das Komplettpaket für dich, wenn du deinen Körper nach deinen Vorstellungen formen willst. Da geht es um alle vier Elemente der Marktformel. All das, was du hier aus dem Podcast kennst und noch mehr. Mentales Training, ausgewogene Ernährung, richtiges Krafttraining und Kardiotraining. Und falls es dir so ähnlich geht wie mir und du gar nicht so gerne kochst und dich trotzdem gut ernähren möchtest, dann habe ich auch was für dich. Es gibt eine Vielzahl von Blitzrezepten in diesem Buch drin, die allesamt sehr schnell und leicht zubereitet sind und wirklich lecker sind. Dazu noch Übungen und Trainingspläne für Einsteiger und Fortgeschrittene, die wirklich Spaß bringen. Und falls es einmal haken sollte, dann findest du in diesem Buch in Looking Good Naked auch konkrete Tipps, wie du den Karren wieder aus dem Dreck ziehst und wieder auf Kurs kommst. Eine Sache wirst du aber in dem Buch nicht von mir bekommen und zwar ein Schema-F-System. Denn ich glaube, dass es diesen einen Weg zur Traumfigur, der für jeden Menschen funktioniert, einfach nicht gibt. Aber Menschen, die erfolgreich und nachhaltig Fett abbauen oder Muskeln aufbauen, die finden einen Weg, mit dem sie sich gut fühlen und ein kontinuierliches Kaloriendefizit einhalten. Ja und ein Feedback-System und auf solchen Feedback-Systemen basiert eben auch mein Konzept, hilft ihnen dabei. Und darauf liegt bei mir der Fokus. Bevor wir heute zum Ende kommen, möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt eingehen. Viele Menschen tappen in eine Falle, weil sie den kritischen Unterschied zwischen Körpergewicht und Körperfett nicht kennen. Wer abnehmen möchte, hat oft nur die Waage im Blick. Aber vermutlich geht es dir ja in erster Linie nicht um dein Körpergewicht. Vermutlich möchtest du, wenn du abnehmen möchtest, Körperfett abbauen und nicht Muskeln oder Knochen. Körpergewicht und Körperfett sind also nicht das Gleiche. Tatsächlich haben die meisten Menschen beim Abnehmen mit einer tückischen Nebenwirkung zu kämpfen. Sie bauen auch Muskeln ab. Dieser Muskelschwund ist später oft dafür mitverantwortlich, dass sie noch dicker werden. Das Ganze nennt sich dann Jojo-Effekt. Die gute Nachricht ist, dass es zwei simple Wege gibt, die dem entgegenwirken. Der erste Weg ist richtiges Krafttraining. Und das zeigen auch Studien. Das zeigt nicht nur die Erfahrung. Das Training mit Gewichten im Kaloriendefizit schützt dich effektiv vor Muskelschwund. Und der zweite Faktor ist die Ernährung. Und da ist besonders Eiweiß wichtig. Wenn du dich eiweißreich ernährst, dann gibst du deinem Körper wenig Anlass, sich am Muskelprotein zu bedienen. Ja und dadurch sinkt das Risiko für Muskelabbau. Ganz nebenbei helfen dir beide Taktiken, also richtiges Krafttraining und die eiweißreiche Ernährung dabei, zusätzlich Kalorien zu verbrennen. Außerdem können sie das Hungergefühl unterdrücken. Die Quintessenz hier ist also, richtiges Krafttraining und eine eiweißreiche Ernährung schützen dich vor unerwünschten Muskelabbau. Wenn du abnehmen möchtest, wenn du dich im Kaloriendefizit befindest. Beide Maßnahmen erhöhen deinen Kalorienverbrauch und unterstützen damit deinen Fettabbau zusätzlich. Ja und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Wir kommen zum Fazit. Wie viel Kilokalorien sind ein Kilogramm Körperfett? Die Antwort liegt irgendwo zwischen 6264 und 8091 Kalorien. Die 7000 Kaloriennährung ist also ein guter Richtwert. Und wenn du ausgehend von deinem derzeitigen Kalorienbedarf 3500 Kalorien pro Woche einsparst, dann kannst du mit der richtigen Strategie in den ersten Wochen tatsächlich ein Pfund pro Woche abnehmen. Allerdings sinkt dein Kalorienverbrauch mit der Zeit ganz natürlich. Damit nimmt auch das Tempo ab, mit dem du Fett abbaust. Ein Feedback-System, das nicht nur objektive Messwerte, sondern auch dein ganz subjektives Wohlbefinden berücksichtigt, ist der Schlüssel, wenn du kontinuierlich Fortschritte machen möchtest und dranbleiben möchtest. Und wenn auch du abnehmen möchtest und vielleicht fürs nächste Jahr oder die nächsten zwölf Monate sagst, jetzt fängst du an, jetzt veränderst du deinen Körper, jetzt veränderst du dein Körpergefühl und du fühlst dich wieder wohl in deiner Haut, dann helfe ich dir dabei. In meinem neuen Buch, Looking Good Naked, das am 12.12. erscheint, erfährst du alles, was du wissen musst, wenn du deinen Körper erfolgreich verändern möchtest. Zum Start am 12.12. wird es auch eine tolle Aktion geben. Wenn du schon dranbleiber bist, dann werde ich dich über E-Mail darüber informieren. Da gibt es einige tolle Bonusse, die du, Bonny sagt man glaube ich, die du einsacken kannst, wenn du möchtest. Das Einzige, was du dazu tun musst, wenn du noch nicht dranbleiber bist, ist, dich anzumelden auf www.dranbleiber.com. Bleib mir nur zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß bei dem, was du diese Woche tust, um deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Und zum Abschied möchte ich dir ein Zitat mitgeben, das ich liebe. Friedrich Nietzsche sagt, keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren findet, der ihn versteht. Nun, ich verstehe dich. Mach's gut. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Marc-Hörer. Du bekommst die Audible-Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Marc-Hörer. Also geh auf fmmbuch und mach mit. Fmm wie Fitness mit Marc und dann buch.de Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Show Notes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Der Punkt ist der, mit 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 der, Untertitelung des ZDF, 2020